Ja, und hier sind sie, unser Torhüter-Team, Michael Rechner, unser Torwart-Trainer, Luka Zilip und unsere Nummer 1, Ali! Torwart! Ali! Torwart! Danke! Hallo! Hallo! Freut mich wieder Heimspiel! Gott sei Dank! Wie geht's aus? 2-1-1! Applaus Jetzt hat sie geheiratet, gestern, und ist natürlich mit dem frischgebackenen Ehemann mit Martin heute, und mit ihren Eltern hier, Rebecca. Von uns allen, also wirklich von Herzen, alles Gute, ne? Ich hoffe, dass... Müssen wir heute Sieger sein, und dafür brauchen wir euch alle heute! So wie noch nie! Hier ist er, unsere Nummer 1! Und jetzt, er macht heute sein 400. Bundesligaspiel! Unser Kapital heute, Oliver! Wir begrüßen mit Jahr 3, Kabel! Kabel! Und unsere Nummer 5, Osa! Kabel! Mit dabei in der Startelf auch die 6, Grisha! Kabel! Und das ist unsere Nummer 8, Dennis! Kabel! Mit dabei auf die Nummer 11, heute wieder am Anfang an, Angel! Kabel! 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 Unsere Nummer 14, Christoph! Kabel! Kabel! Wir begrüßen mit der 22, Kevin! Kabel! 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 Die Nummer 25, Kevin! Kabel! Kabel! Herzlich willkommen in der Startelf, unser Mann aus Kroatien! Mit der 27! Andrei! Kabel! 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 Die Bank der TSG Hoffenheim! Die 7 und die 7! Jakob! Kabel! 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 Unsere Nummer 13, Angelo! Kabel! 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 Jedenfalls dabei die 16, Sebastian! Kabel! Kabel! Die 26, Eduardo! Kabel! Auf der Back auf die 34, sorry! Stanley! Kabel! Kabel! Die 35, Kabel! Kabel! Und! Auf der eigenen Jochen in die 44! Fistig! Kabel! Wir begrüßen ganz ganz herzlich, natürlich auch unser Trainer Team und Ehem hier. Alles Gute für Andrei! Kabel! Auf geht's vom Ball! Hier sind die Mannschaften! Kabel! Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Fans der TSG, hier ist das Synonym für Kampfgeist, für Kraft und für Emotion. Unsere Nummer 4, Hermin Hidratitsch! Hochzeit! 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 unserer TSG Hoffenheim gegen den Sportklub Freiburg, nur zu Null, nie gesagt, am Ende in Baden-Württemberg und Südbaden. Wir wünschen allen Gästen jetzt eine gute Heimfahrt, eine gute Heimfahrt. Alle noch mal einatmen, alle noch mal einatmen, Leute! Ein, 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 ein! Also, die das hier in Baden-Württemberg und die die Leute noch mal einatmen, ein, 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 ein. Vielen Dank.